Ja, dann, 1224, ich stehe hier bei Max von Grieckhoff. Max Grieckhoff steht für mich für Handarbeit und Handwerk, Handwerkskunst. Richtig, steckt in einer Grieckhoff 100% Handwerk und bei Germany drin? Fast, wir haben logischerweise auch einen kleinen modernen Fertigungsprozess für Ersatzteile. Die Systeme werden aus dem Vollen vorgefräst, aber danach geht es dann zu den Büchsenmachern und hier ist dann wirklich nur noch Pfeile und Schleifpapier angesagt und wird noch alles, ich sag mal, mit der Hand am Arm noch dann zu Ende gebracht. Ist das hier in Dortmund auf der Standnummer? Adrien 30, Halle 6.